Jo Leute, willkommen zurück zu Divinity 2 und schaut mal, ist das nicht so ähnlich wie Ronjas Räubertochter mit diesem Schwert in der Hard, ja? Sieht ja richtig geil aus schon, ja? Haben wir entdeckt beim Laden, den Schamanentöter, den Finn hat gemeint, der ist besser und der war auch besser, ne? Haben wir gleich genommen. Tränke haben wir sicher ein paar gebraut, jetzt haben wir wieder 13 hier und Mana-Tränke haben wir auch noch genug, also das sollte jetzt so werden. Ich finde, Schwerter sind immer besser als Ächste und Leben sehen immer besser aus als Schwerter. Jo. Mein Held ist zurück. Wie geht es euch, Elsa? Oh. Wunderbar, danke. Wollen wir heute ein bisschen Erfroosen machen? Die Elsa. Oje, meine. Oje. So. Ich habe ausgefühlt nicht mehr gewusst, wo der Arzt ist, ja? Da war, ja, der Verrückte hier mit dem Hut. Dr. Nadelmann, mein Name. Willkommen zurück. Was kann ich für euch tun? Ich bin davon nahmend nahmend. Eugen gestoßen, der unter multiple Persönlichkeitsstörungen zu leiden scheint. Oh, kann ich die Tränke sehen, die zum Verkauf anbieten? Na, das, na, Moment. Wir gehen vor mal kaufen. Ui, 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 ui. Da holen wir mal hier alle. Ja, kauft ja alle. Ui, 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 mehr mit Gold ohne Ende, schau dir das an. Geil. Geringe Stärke, nein. Aber ich weiß nicht, ob er nachbekommt. Es kann sein, dass das die Einzigen sind, die von ihm kriegen. Ist wurscht. Ne, nur ein Leben und Mann. Gewandtheit, was ist das? Und die Mana soll alle nehmen, ja? Ja, die. Wurscht, das Gold. Ja, als Magier braucht's. Gold kriegen wir eh. Passt. Was heißt da schön? Schmuck? Geistbeschwören, nein. Weisheit, nein. Ausweichern, nein. 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 Danke. Hübsch. Hübsch. Und jetzt schauen wir doch mal ins Vital, Leute. 45. Yeah. Mit 74 Heilungen. Die sind auch mit 74. Gut. Die sind die Stärkeren dann schon. Alter, Falter. Die Stärkeren solltest du dir für Bosse auffüllen. Ja. So. War er betrunken? Nein, in seinem Kopf hausen zwei Persönlichkeiten. Es handelt sich zwar um eine seltene Krankheit, aber ich weiß vielleicht um ein Heilmittel. Okay. Ich bin im Tal einem alten Magier begegnet. Er ist übrigens derjenige, der mir die Kopfbedeckung empfohlen hat. Und er hat mir alles darüber erzählt. Ich glaub, denen sind wir auch begegnet schon. Normalerweise sind diese Persönlichkeiten gut und böse. Stimmt. 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 Ich kann euch einen Trank geben, der diesen Eugen heilen wird. Aber ihr müsst entscheiden, ob ihr die Persönlichkeiten überlebt. Eine große Veränderung. Verkleid, kriegst du den Ring bei Jakal, Dirk? Ja. Dann wär jetzt eben wirklich auch schon besser. Nee, 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 andersrum. Wenn du Jakal überleben lässt, kriegst du den Ring. Genau. Was? Nein, du meinst, wenn ich checke, also Jakal töte. Dann kriegst du die Axt. Genau, das will ich nicht. Also ich entscheide mich für Kleid, ne? Nee, dann kriegst du die Axt. Na, warum steht, welche Persönlichkeit überlebt? Achso, ja. Verstehe, ja. Wenn du den Ring bist, musst du Jakal überleben lassen. Weil wir haben ja sowieso jetzt gute Waffen, also... Also muss ich Jakal nehmen, ne? Genau. Können wir den Ring gesehen, die ihr zum Verkauf anbietet? Schauen wir nochmal rein. Und? Und? Nein, noch nicht. Nein, wir kommen später mal wieder. Gut, dass wir bei dir waren. So. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch was. Und dann schaue ich gleich, ob ich noch... ... noch irgendwas vergessen habe zu looten, wenn ich schon mal hier bin. So, ja, da haben wir doch den Wertenherrn. Was ist eigentlich mit dem da? Na bitte, einmal sag. Ich frage mich, ob du das, was du von ihm bekommst, überhaupt brauchen wirst. Egal. Ich glaube, die hat auch noch was, warte. Ich glaube, die hat Waffe. Die hat auch Tränke. Um den weißen. Oder ist es auch ein blauer da? Ja, das ist ein blauer. Ja, tatsächlich, da konzentrieren wir beide. Oh, warte. Also, genau. Schmuck. Nein. 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 Oh, schlecht. Schlecht. Und braucht man nicht. Jetzt ist das Goldschuh ein bisschen knappi. Aber egal. Komm her, Junge. Du mir auch mit der Nageberreiter, ne? Warum steigt nicht von einem hohen Wildschwein und seht euch das mal lang, was ich da hab. Die Klauehansrischen Demos nicht so hackfass verarbeitet. Absuristisch. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass mich mal jemand schlägt. Nimm diese Handschuhe, Drachen Töter. Ihr könnt sich mehr als E. Wascht. Wir kriegen auf alle Fälle Erfahrungspunkte, das ist nicht zu knapp. So. Der Held des schwarzen Ebers. Ja, ich bin der Held. Wie wäre es, wenn ihr auch der Held des Maxens der Versehrer hat? Schau mal nach den Handschuhen, das ist ja doch besser. Ja, ja, ich lass Talana nur reden, kurz. Das gefällt mir nur. Entschuldige. So. Robins Handschuhe. Scheiße, ich bin besorgt. Den können wir gleich verkaufen, dann spart... What, der Sessel drückt mich weg? Da spart Platz im Inventar. Dann riskieren mal. Dann muss ich immer den Blick, Alter. So, die Handschuhe will ich nicht. Wie viel kriege ich da? 4 und 52. Na, nein. Perfekt. So. So, aber das mal ledigend. Ja, Ostwind habe ich noch was entdeckt hier. So, jetzt gehen wir aber da auch noch rauf. Jetzt will ich noch mal schauen, was da oben war. Das war ein seltsames Buch. Stimmt, damit hat er das die ganze seltsame Reihe begonnen. Oh. Ah, die Kräuter haben von Samuel Welpen schlechter, dem schlimmsten aller Magier. Okay. Na, wer Welpen schlachtet, na, der ist hier unten durch. Sag dir der Hühnermörder, ne? Ja. Ja, was ist das? Also, es ist der Drank, okay. Zum Töten von Gleit, ja. Ach, der Arme. Hm. So, tut mir leid. Wollte ich nicht. So, für die, die es interessiert, bitteschön. Es gibt ja auch Spiele, da kann man durch das Lesen von Büchern Erfahrungspunkte kriegen. Ja. Sag mal, das wäre da auch so. Also, der, der Bug geht mal am Zeiger. Ja, indirekt, Christoph, durch Fertigkeiten, mit Erfahrung. Ja, eh. Fertigkeitenpunkt ist, weil etwas Fertigkeiten angekündigt, ein ganzes Level, ne? Stimmt. So, dann... Geh mal da nach hinten, weil da hab ich was aufs Grün entdeckt. Und zwar die drei Herrschaften, oder die, eine Dame und die zwei Herrschaften, die wir befreit haben. Ja, der Trampfänger. Was kann was mit euch dreien geschehen? Wir waren gerade unterwegs zum Dorf, als irgendein verrückter Reimen der Kerl uns eine Flasche Wein gegeben hat. Aha. Wir haben uns alle einen Schluck genehmigt. Und dann kann ich mich nur noch daran erinnern, wie ich mich von diesem schrecklichen Alptraum erlöst habe. Der Reimen der Kerl, ja. Dann haben wir ja entdeckt. Seid auf der Hut. Na, wenn das mal nicht mein Lieblingswirt ist. Mich seht, ihr habt das wohl wartet in das Dorf geschafft. Oh ja, haben wir. Und wir waren die ganze Zeit hellwach. Ich muss schon sagen, die Landschaft mag ja wirklich schön. Kann sein, aber wenn sowas nochmal passiert, dann nehme ich den Zeppeli. Schönen Tag, los. Sagtest du schon, dann nehme ich den. Was sagt ihr heute bald? Seid gegrüßt. Wie geht es euch? Großartig. Aber ich hab Angst vorm zu Bett gehen. Hast noch keinen Apfel, oder was? Was für einen dummen Traum ich doch hatte. Wenn er so lange dauern musste, warum konnte darin nicht wieder das Einhorn auftauchen? Lebe wohl. Okay. Gut. Lassen wir das Einhorn Einhorn sein. So. Nächster auf unserer Liste, Roman. Hallo, auch für dich habe ich endlich mal was. Natürlich, die Erkundung erfolgreich. Diesen interessanten Stein habe ich gefunden. Ein Seherstein. Ihr habt hoffentlich nicht hineingesehen. Ich hielt das für besser, das nicht zu tun. Gewiss. Eine weise Entscheidung. Wer weiß, ich hätte nicht mehr, ich hätte es hätten. Gebt mir jetzt bitte den Stein, damit ich ihn umfassend untersuche kann. Der göttliche Segen euch. Ich weiß. Ich komme dann gleich zu dir zurück. Vielleicht hast du ja noch was für mich. So. Was ist das? Oh, das muss ich nehmen. Scherz. So. So eine Nudel. Der Scherz wird nie langweilig. Ich würde gerne, ich würde gerne da in die Gruft rein. Kannst du nicht noch mal. War ich da überhaupt drin schon? Nein. Ja. Dem Geist und dem Schwert. Scherz. 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 Das müsst ihr euch anhören. Habt ihr endlich euer? Ich glaube da mal nie. Brügt euch. Was ist denn los? Was? Nein, da war ich nicht. Ich war hinten da drinnen. Ja, das ist halt die Gruft, das Ding. Ja, und da liegt aber der Schlüssel, glaube ich, am Altar, ne? Für da draußen. Ne, nicht wirklich. Äh, was erzählt? Was? Erzählt und lasst nichts aus. Ah, okay. Okay. Seine Notizen liegen immer noch auf dem Altar. Vielleicht sind sie von Nutzen. Oder so, gut. Nun schauen wir sich das mal an. Ähm, Notizen? Ja, die war schon richtig an der Quest. Ach so, die Pergamentrolle hat mich nur verwirrt jetzt. Dieses Schriftstück enthält hastiges Gekritzel. Nach Hinweissuchen. Ihr habt Schwierigkeiten, die Drachenrunen zu entziffern. Aber ein übersetzter Teil wiederholt sich. In die Kammer der Qualen. Okay. Na, da hinten war ich nicht drin. Da ist die Gruft, ne? Okay, was steht da? Das muss ich jetzt mal nur kurz... Äh, Aufschlöte verbleibt. Wenn sich der Turm von La Doris als guter Ausgangspunkt für die Suche erweisen würde. Der wird wahrscheinlich jetzt dort sein, wo der... Das Skelett war wahrscheinlich, ne? Schätze ich mal. Also wir müssen wieder zum Turm auch zurück. Okay. Ja, dann machen wir das vielleicht danach gleich. So. Wir müssen Roman da auch helfen, ne? Pater Roman. So. Eine Quest können wir noch abgeben. Und zwar die des Gejagten. Nein, du nicht. Du nicht. Noch nicht. Warte mal. Hier muss los. Ciao, ciao. So. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich habe ja gar ungetötet. Das ist eine Hauskette. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Äh, Drachenritter. Immer noch. Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erledigt. Natürlich. So, wir nehmen natürlich wieder die Erfahrungspunkte. Können Sie dann lapsen. Oder ganz kurz davor. Oh, ein bisschen weiter vor, okay. Ja, weiter, weiter. Ja, dann haben wir das haben wir ja schon erledigt, gut. Dann teleportieren wir uns jetzt zum Turm. Dann schauen wir, dass wir Roman retten, ne? Roman, 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 Roman. Der Roman ist ein ganz spezieller Charakter und der Name ist so, der klingt so Wohltuend und alles, ne? So Roman-mäßig, ne? Roman. So. Ich schätze, mein Turm wird es sein. Wenn ich mal geistig anwesend bin. Ich muss aber einmal ganz kurz auf Tiret verschwinden, aber du kannst gerne schon mal weiterspielen. Okay. Er lässt mich im Stich. So ein Unhold, er lässt mich im Stich. Kammer, der qualen. Ich glaube eher, dass das da... Wo war denn das nochmal, das andere da oben? So, komm, mach den Move, baby, mach den Move. So. Du, 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 du. So. Dann leuchten die Drachen uns heim, natürlich. Gehen wir mal gleich noch weiter rauf. So. Ich kann mir vorstellen, dass das gute Kammer der Qualen ist, weil... Das war ja auch eine Qual, ne? Da oben. Oh, weil ich kann nicht gleich handeln wieder. So. Ihr werdet nicht der Durchzeit. Rüstung der Beschützer von Alaroth. Der hat mal 223 Magie Rüstungswert nur. Nö. Nö. Nö, nö. Lassen wir mal. So. Und ich glaube, hier ist Roman nicht. Zumindest habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Gehen wir mal doch in die Kammer von Leuten. Ähm. 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 Okay, Leute. Das Spiel hat sich abgeschmiert. Das ist... Interessant. Kann ich die ganzen Quest nochmal machen, oder was? Interessant. Interessant. Jetzt wäre ich angeschrieben, auch gerade noch. So. Wow. Ähm. Ja. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Okay. Das Spiel ist abgeschmiert. Okay, wisst ihr was? Ähm. Finn kommt auch nicht mehr zurück, anscheinend. Das finde ich auch toll. Dankeschön. Die Quests werde ich dann auskennen. Alle noch einmal aktivieren. Keine Panik. Das mache ich dann. So. Jetzt mache ich nur das mit Roman. Nochmal nach. So. Nehme ich jetzt eh auf? Ja, ich nehme wieder auf. Also es ist nicht verkehrt, doch noch öfters zu speichern, ja. So. Dann gehen wir rein. Oh, Remus. Oh, Remus. Rachen Töter schnell. Das Alter, Roman hat entgegen seinen Mitigen. Mhm. Oh, Remus. Mhm. So. Dieses Schriftstück enthält Hass. Ihr habt Schwier in die Kammer. Die Kammer der Qual. Remus. So, wie gesagt, den Rest mache ich dann auskennen. Das muss ich euch jetzt nicht antun. Noch einmal. So, dann schauen wir zu Lord Jovis Turm noch. Dann haben wir sie. So. Turm, Turm. Schreibt mich gar nicht an, der Junge. Was sind wir denn? Ist er auf dem Weg zur Toilette umgeflogen, oder was? So. Also oben war es einmal nicht. Äh, ne bin ich nicht. Aber irgendwie war mein Internet gerade kurz weg, bis vor ein paar Sekunden. Das spürt sich aufgehangen. Ach, schön. Das Ganze, was wir gemacht haben, ist weg. Das mache ich dann auskennen wieder. Ich zeige jetzt nur das mit Roma noch her. Also ich hoffe, es ist da. In der Kammer der Qualen warst du noch nicht drin. Äh, wo ist denn die? Ah, ist die auf der Unterseite des Turms, oder was? Vielleicht. Da war ja was, ne? Also du warst auf jeden Fall noch nicht drin. Weil das war zumindest... Mich hätte es sich noch länger unnötiger suchen zu lassen, wenn der Part schon abgekrempelt ist. Also das für mich... Ich muss das offscreen eh alles nachmachen. Bestätigen und so. Ja, weil bei der Erkundung rundherum vom Turm bin ich ja dran. Ach, du musst da auch die Tränke und alles neu kaufen dann. Alles, ja. Mache ich dann. Da gehst du falsch. Warum? Das ist ja rundherum, oder? Ja, wenn du das Ding meinst, was du schon mal gesehen hast, dann hättest du auch andersrum gehen können. Wurscht. Bist du viel schneller da gewesen. Ist doch egal. Also es muss jetzt nicht alles perfekt sein, ja. So. Ja, wahrscheinlich hätte ich mir 90% des Weges gerade erspart. Nur so 99%. Kein Witz. Ja, ja. Ich glaub dir eh. Ich glaub dir eh, weil da ist es ja schon. Mal gucken, weil da ist das Ding und wo der Schrein ist. Okay. Die Tür ist verschlossen und hat keinen Griff. Hier kann man der Qualen betreten. Die Tür öffnet sich und er geht hinein. Gut, retten wir Rowman. Oh Gott. Rowman, den Raum könntest du sogar noch schaffen. Was von der Zeit her jetzt, oder was? Ja. Na, es ist schon ärgerlich mit dem Part jetzt, also, dass sich das Spiel aufgehangen hat. Ich muss anscheinend doch öfters abspeichern, noch öfterer. Kann auch jetzt mal, kann auch jetzt ein... ohne eine Million Fall gewesen sein. Ja, eh. Gut, was ist das hier? Okay, Gegner. Aber die Gegner sind ja schwach hier. Jetzt sind wir schon... ein bisschen zu stark. Wie groß ist denn das Gebiet? Ah, eh nicht so. Okay. Okay, zweite Plattform. Razziputzi-Fa... Razziputzi-Fa... Was? Der ist verstorben? Ja, das ist so. Du mit dem Maxus-Tempel! Scheiß auf den! Hans, warum ist der tot? Da wurde er einen Knochen aufgelöst. Mein Namensvetter. Verstaubte Tagebruch. Okay, das nimm mal mit. So. Nimm auch mit. Du hast sicher einen Schlüssel für die Gruft bei dir, Wetten. Du hast nichts? Nee. Okay, was hat das aber mit den Plattformen da aufs... Ah, da komme ich noch zu den Hebel. Okay. Ich darf mir was aussuchen. Schwert der Lovis-Kohorte. Schild. Bogen. Streitkeugel. So, was nehmen wir? Na, was willst du mit Schild und Bogen? Nimm mal Schwert, ne? Mal klar, dass nur eins geht. Ich glaube, die Sachen sind. So, warte kurz. Naja, okay. Nicht so toll. Jetzt ist es Roman dead, das gibt's ja nicht. Ist ja unfair. Nein, dieses ist der Roman tot und nicht der andere. Bitte? Dieses ist der tot und nicht der andere. Wieso? Na, wäre es schlecht, wenn der andere Roman tot wäre, oder? Weiß ich nicht, vielleicht ist es ja gut. Jo. Zzzt. Fairly. So, muss man mal schauen, wie viele Minuten wir haben. Oh, 24. Aber auch meine war viel. Da geht noch einmal jetzt in die Kapelle von Wilber und dann war es das auch schon. Ausgüttel, der man dann wieder Level Up haben. Ja. Macht nix. So. Ganz. Punkt ja auch. War es sehr egal. Nebel. das wird dann verzeilen wo man das Geld aber es kriegt keiner mit hier wird nicht erwähnt der Pater Roman gefunden doch tatsächlich ich habe den Lobes folterkammer gefunden ich denke er musste am eigenen Leib erfahren warum sie so heiß ja er ist ein wunderbarer Mensch ach kommt der 28 gönig mal Roman muss schreckliche Sünden begangen haben, wenn ihn ein derartes Schicksal erheilt hoffen wir dass er seine letzte Ruhe finden wird und ich diesen bösen Drachenturm heimsuchen muss Könnte auch sein Wie geht es euch? Freut mich das zu hören So Roman dead aber der andere Roman vertritt den Willkommen liebe Leute Ich... Hallo? Kannst du nicht drauf Nein Okay Ich vertrete ihn zu Ehren Amen Hab euch lieb und bis zum nächsten Part Euer richtiger Roman Ciao Ciao Leute Ciao 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 Abends